Hat die Schwiegertochter nach dem Tod ihrer Schwiegermutter Anspruch auf das Sterbequartalsgeld? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe am 16. November 2020 eine Schnellfrage reinbekommen für 9,90 Euro. Und da ging es eigentlich in einem Satz nur um folgendes. Kann ich, wenn meine Schwiegermutter verstirbt, dann das Sterbequartalsgeld oder, sie hat es richtigerweise ausgedrückt, das Sterbegeld bekommen? Ich bin die Schwiegertochter. Nein, Sie können definitiv kein Sterbequartalsgeld oder Sterbegeld, so wie Sie es meinen, aus einer gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Tod Ihrer Schwiegermutter bekommen. Und der Grund ist relativ einfach. Die Schwiegermutter, also Sie sind ja nicht verheiratet mit der Schwiegermutter. Nur der Witwer, wenn es noch einen geben sollte, also einen Ehegatten geben sollte oder eine eingetragene Lebenspartnerin, die dann ihre Schwiegermutter überlebt, hätte Anspruch auf eine Witwenrente oder Witwerrente. Und in der Witwerrente oder Witwenrente ist das sogenannte Sterbequartalsgeld mit enthalten. Das heißt also, das Sterbequartalsgeld, und das verwechseln immer die Leute oder viele, ist Teil der Witwenrente oder Hinterbliebenenrente. Und deshalb kann man das nicht voneinander trennen. Das Sterbequartalsgeld ist Teil der Hinterbliebenenversorgung und steht nur den im Gesetz genannten Anspruchsberechtigten zu. Und das ist in der Regel die Ehegatten oder die Lebenspartner. Und mehr nicht. Und wenn die Schwiegermutter die letzte in der Kette ist, also praktisch ihr Mann schon verstorben ist, dann gibt es auch kein Sterbequartalsgeld, wenn die Schwiegermutter verstirbt. Dann ist Schluss. Rentenzahlungen werden eingestellt. Näheres zum Thema Hinterbliebenenrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel